Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von misst Klinik mit meinem guten Freund D PNL die Böde Wings und was macht er durch den Markt muss meine Taschenlampe ja auf dem Eiffel Jungs und hier der Wings die war nix So, ich fühle mich gerade wie Im Heimatland mit dem Wetter Ja Ja, ne? Ja Das Dolle war ja vorhin Bei der Aufnahme Bei der letzten Aufnahme Ist uns ja was krasses passiert Pascal ist rausgeflogen Und ich war dann alleine Alleine wo ist es 3 quasi Ja Das war scheiße Ich wusste nicht genau Ich wusste nicht genau, ob ich den einen da getroffen habe oder nicht Das war schwer zu sagen Oh Oh, die Blitze Ja Ich würde sagen, ich gehe erstmal kurz auf den Turm Checken, wie wir das letzte Folge gemacht haben Mach mal, mach mal Okay Willst du checken oder soll ich auch hochkommen checken? Kannst du mitkommen Also Ich komme auch mit War im Fall gut auf den Turm rauf zu gehen Dings tue ich nicht, ne? Leggen, ne? Ne, gerade nicht, ne? Okay Kommt auch nicht so doll Nur manchmal, ab und zu Aber es ist nicht doll Also nicht so krass wie sonst Und siehst du was? Guck Auf jeden Fall sind keine Taschenlampen mehr Weil es zu hell geworden ist Ja Es ist einfach zu hell geworden Die Waffe muss Kann sein, dass hier Leute unterwegs sind Aber hinten, wo wir herkamen Ist nichts auf jeden Fall Alter Und Da hinten bei den weißen Häusern sehe ich auch nichts Kommt das eigentlich gleich bei uns beiden? Der Blitz Der was? Kommt das eigentlich gleich bei uns? Der Blitz So, jetzt war ein Blitz Der Blitz? Ne, ich glaube nicht Ich glaube nicht Du hast vorhin zum Bohr gesagt Da habe ich noch nichts gesehen Und dann drei, vier Sekunden später Ja, ja Kommt das bei mir Ja, ja Lass mal gehen Ach da hin Ja, ja auf jeden Da war doch auch gutes Zeug, oder? Ja Ich finde bei den Kleinen Geh vorne rein, Johnny Ich finde bei den Kleinen braucht man gar nicht looten Jo Ich brauche glaube ich doch Taschenlampe, Mann Ja Ja, ich benutze meine Ja, nur drinnen Ja, ich hoffe wie gesagt nicht, dass ich hier weggefickt werde, oh Gott Na, ich hoffe Das ist doll das Gewitter Ich hoffe, dass ich in deinen Folgen nicht allzu viel lege Ja, wie gesagt, es geht eigentlich noch, es ist jetzt nicht so schlimm Okay, aber die Antworten kommen später Es ist noch erträglich Schlimmer darfst du aber nicht sein, ganz ehrlich, ja Komm mal hier zu mir, ich habe so einen großen Backpack für dich Großen? Ja, den ich habe Warte, wo bist du? Bist du hier, Dünner? Hier, ja Warte, hier bin ich Komm mal vorne an die Straße Vorne? Wo bist du denn, Alter? Ja, bei so einem Container Oh, ein Container? Ich weiß nicht, wo du hingegangen bist, ja Da, da, ich sehe, okay Das ist eine Armee, also grün Hier liegt der Armee grün? Oh, nice, Alter Nice Danke, Alter Ja Das ist ein Bubble Bag, ne? Jo, habe ich auch 10er-Round, 9 Millimeter So, ich muss jetzt erstmal hier die ganzen Sachen da reinpacken Dauert ein Stückchen 10er-Round? Habe ich gerade mitgenommen Sehr gut Habe ich auch ein volles Mac und ein 8er-Mac und ein leeres Mac habe ich Okay Ich glaube, hier ist alles gerade frisch gespawnt, oder? Was? Ich glaube, hier ist alles gerade frisch erst gespawnt Ich glaube auch, sonst wäre der Backpack nicht hier Nee Glaub mal, der wäre schon längst weggeschnappt worden Wir müssten hier gut jetzt looten Das ist, äh Gerade ja Steam offline gewesen, ne? Ja Deshalb Ja, hier liegt sogar noch Suppe und so'n Scheiß Kann gut sein, dass hier noch ordentlich viel liegt Warst du hier links neben den Containern schon? Welch Container? Na, wo ich gerade drinnen war? Ich bin gerade auf der Seite Da war ich schon überall Ah, okay, okay Warst du in den kleinen? In den kleinen? In den kleinen Küsszelten? Nein, hab ich nicht abgeguckt Ich gucke einfach mal ab aus Langerweile Ja Ich sag dir Bescheid, wenn ich noch was Gutes gucke Wie sieht das eigentlich aus mit dem Riesendingen? Sieht eigentlich ganz geil aus Ups Hier ist sogar noch so ein Wadjet Hex Du Ja Ja, ja Es sind noch mehrere Packs Es ist hier komplett ungelootet, Pascal Alles spawnt Alles ab John Ja Das Problem ist, ich kann mich jetzt nicht wehren, wenn mich jemand sieht Taschenlampe, ne? Ja, richtiger Hast du hier alle komplett gelootet? Alle Container links und rechts? Rechte Seite nicht Okay Okay So Geh mal in den Turm Hier ist aber nichts, Alter Ja Ich hab ne Körpertemperatur von 36 Grad gerade Ja, 36,9 bei mir Wo bist du gerade, Johnny? Turm Ach, auf dem Turm drauf? Mhm Siehst du mich gerade? Ich kann jetzt in meinem Parkplatz Warte Ja, ich seh dich Meinst du in dem großen Häuschen ist was? Nein Kannst du mal gucken gehen Ich glaub aber nicht, oder? Ja Also versuch einfach mal So Military Dinger absuchen, oder? Ja Mit dem großen bin ich nicht mit zufrieden, muss ich ganz ehrlich sagen Wann kommst du? Wo bist du? Komm jetzt da hin Okay Warte ich auf dich Da hinten ist ein Spieler glaub ich Wo? Äh Geradeaus von mir Weißt du wo ich bin hier, ne? Guck mal Ja Guck mal jetzt zu den weißen Häusern Da ist glaube ich gerade einer reingegangen Welches davon? Das ist links außen das? Ah ne, das ist ein Zombie du Ja Das ist ein Zombie Das ist ein Zombie Das ist ein Zombie Entschuldigung, Fehlalarm Der hinten geht, ne? Ja War ein Fehlalarm Entschuldigung Aber ich dachte wirklich zuerst so, weißt Taschenlampe an Lol Was? Was? Hast du das? Hast du geschossen? Nein Der hat jemand geschossen? Ich hab nen Schuss gehört Sicher? Ja sicher, ganz laut Okay, ich duck mich hier hin Hat der dich getroffen? Ne, ne? Nein Sicher, dass es kein Gewitter war? Ne, es hat Es war ein Schuss So rechts, weißt du? Ja Weißt du, von hier aus Guck mal wo ich hingucke Ja ja, von rechts Da so, guck Da so Ja Scheiße man Der hat auf jeden Fall ne Schusswaffe Aber er schießt Aber er schießt Ich seh nix Ich seh niemanden Pascal Okay, ich komm raus Ich komm raus Komm raus, komm raus Wenn er mich jetzt tötet, ist scheißegal Ich bin noch äh Wo bist du denn? Lol Ich bin hier rechts In die In die Buchte rein, guck Okay Ich hab keinen Schuss gehört Muss ich ganz ehrlich sagen Ich hab den Schuss gehört, alter Volle Möhre Das war ein Wie so ein Revolverschuss Hat er sich angehört, man Okay Hier Liegt äh Munition für deine Shotgun Munition? Ja In den letzten Container Oh, für den Shotgun? Ja und die In den letzten? Ja Hier Hier oben drauf am Bett Oh nice Da Hö lol Kann ich nicht mitnehmen? Ja nicht die Shotgun Muss ich das Lachs nehmen Achso, ja auf jeden Warte mal, dann werf ich mal eine andere weg Ja entleer die Feuer Oh, du musst ein Stückchen gehen, alter Ich krieg mal Jetzt, jetzt geht's Alles gut Eben gerade gegen meine Inventory nicht aufweist Ja So Ich schaue mal Ah gut, sieben Schuss, man Gut Das geht doch erstmal nicht Ja Die Beschuss ist auf jeden Fall was Gutes Ich glaub acht kann man haben, ne? In einer Waffe Genau Ah Johnny, lass uns weiter suchen, alter Lass uns die weißen Häuser abgucken, wie vorhin Ja Welche Seite nimmst du? Ich nehm die linke Und du die rechte, okay? Ja Pass aber hier auf, Johnny Ich hab Schiss, dass er jetzt hier drinsitzt, Mann Ja deshalb Ich hab ganz klar, das kann ich sogar auf meine Aufnahme nachher nochmal angucken Ganz klar am Schuss gehört Okay Ganz ganz klar, hier ist jemand auf jeden Fall Ich hab auch so Warte Ne Das Problem ist, man hört keine Steps Ja hier ist alles leer, Mann Ne das Problem, man hört auch keine Steps mehr wegen Scheisswetter Null, ne? Ja Ja Das ist ganz, ganz, ganz krass, dieses Wetter Das ist wirklich schlechtestes PVP-Wetter Aber ich mag das Wetter so an sich aber Ja, ja In real life mag ich das Ja, ich kann damit sehr gut ins Schlafen gehen, alter Ich denke auch Oh, mit frische Luft, frische Luft und so Boah, das ist Hammer Würde mich auch mal interessieren, wir sehen das unsere Zuschauer so, ne? Ja Kann man mit solcher Luft wirklich besser schlafen, könnt ihr das auch? Oder scheißt euch in die Hose? Also, uns macht das eigentlich nichts aus, ne? Ne Ich hab die ganze Zeit die Waffe gezückt Ja, ich auch, ich renne mit meiner Pumpgun rum Das ist mir zu, äh, heavy, sag ich mal Ja Das ist mir mit Taschenlampe rumzurennen oder so Braucht man jetzt auch nicht Finde ich So, meine Häuser sind komplett leer, Pascal Meine auch, ich find hier nix Hier war jemand Aber ich guck trotzdem noch ab Manchmal höre ich so ein Geräusch, dass wenn einer die Taschenlampe an- und ausmacht Echt? Ja Hört man das eigentlich, wenn einer das macht? Ich weiß das nicht, Mann Es kann sein, dass so ein Bug existiert, ne? Dass wenn einer in näherer Umgebung die Taschenlampe an- und ausmacht Ja Soll ich's mal machen? Mach mal, komm mal mal in die Nähe Warte Ich bin draußen von- an- an der Straße Hast du's gehört? Bist du draußen? Warte, ich komme Warte, warte Komme, ich komme Musst hier rauslaufen Ja Mach mal Wo bist du? Ja, das hör ich Ja, ne? Guck, guck hier, guck jetzt hier Ja Man hört's ja, die Fäden Ja Man hört's ja wirklich Und das hör ich die ganze Zeit Hier müssen wir aufpassen, hier waren die Spieler ja auch letztens übel Wollen wir uns die Häuser hier teilen, oder was? Nein, das ist ein Shopkat Lake Warte mal Warte mal So Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hab auch gar keine Lust jetzt hier weiter zu looten, Alter, in den Häusern sowieso nicht Was sagst du? Ich hab gesagt, ich hab dir keinen Bock an den weiß weißen Häusern weiter zu looten, weil da liegt dir eh nix Stimmt, auf jeden Ja, dann gehen wir jetzt zu den Zelten Ja Ah, das ist aber schon eine krasse Stimmung hier, ne? Wenn das grad so hell wird und dann so pisst Ja Hier ist auf jeden Fall im Baseball-Bad Wow Alter What the fuck? Sag mir, dass du rechts reingehst, Alter Hast du dich erschrocken? Du bist auf mich zugelaufen kamst Drecksack, Alter Das ist mir das Herz gerade in die Hose runtergerutscht, Alter Geil, äh, bin erschrocken Den Jungen Oh, schon wieder rausgeschmissen Was sagst du? Schon wieder rausgeschmissen Was, Kai, ich hab ne Pistole gefunden 100% 100% Ich krieg doch wegen Internet Meinst du, das liegt an deinem Internet? Ja, ich hab dir die ganze Zeit 400er ping Boah Oha Sind die verkackten? Was, Kai Ich glaub es nicht Was? Da passt auch kein 10er-Round rein Nein? Das ist die HK45, hab ich gefunden Was ich nur nicht verstehe, mein Benutzer libt beim PC anstatt ein Handy Das ist komisch Ja, und dann sagt der mir, ich mach mein Handy an Was ist, mach dein Handy an und bat es direkt ping Ja, klar ist dann ping Scheißdreck Bin grad am joinen Jo, wo bist du rausgeflogen? In diesen kleinen Container da Ich glaub den mittleren Okay, dann bleib ich hier Du hast da auch schon ne orangene Pants an, ne? Nein, ich hab grüne jetzt Ich hab ne Armeehose an Achso Ne grüne Armeehose Jo, ich kann noch nix sehen Wieder schönes Wetter, du Das Gewitter ist weggezogen Ja, hör ich schon nicht mehr Ist gut so Ich hör es nur noch grummeln von Weitem so Grummel, grummel, grummel Was, Kai, hier hinter sind noch mehr Container Ja Aber nur auf einer Seite, ne? Boah, hier sind halt noch welche wenigstens Ja, hier können wir dir ja uns teilen, wenn du möchtest Ja Ja Ich hab den Ganz an der Seite hier schon In der Mitte bin ich grad drinnen Hier ist ne Flairgun, Pascal Doch, da nix Geht's ne Flairgun? Ne Hier ist nix Güsse ich einfach mal mit Mal ausprobieren Und? Bei dir? X? Nö Bei den kleinen Zelten? Na, ich schaue ich schon Lol, hier ist sogar wieder so ein Get Waraged Hunter Pack Okay Okay Guck hier gerne rein, weil's hier Essen und Trinken gibt Viel angenehmer das Wetter Ja Kann man wieder richtig genießen Sollen wir das Airfield jetzt verlassen? Eigentlich müssten wir das Airfield sogar verlassen, weil wir ja alles durchgelootet haben Oder? Ja Ja Die Frage ist bloß Wo wollen wir hin? Kannst du die Karte lesen? Ich kann's versuchen Hast du eine mit oder soll ich dir meine geben? Ich hab eine Okay Setz die jetzt ein Guck mal da vorne Zum Buggy Zombie Ja, seh ich Mach her den, dann schieß ich Ne, ich erhau den So ist Bessie Mieh Wo sind wir denn jetzt? Na komm her Na komm her Okay, hast du da überhaupt was gelesen mit der Karte? Ich weiß nicht was links von uns ist Links ist unlesbar Das ist wenn du zoomst, dann kannst du nicht nach links und rechts gucken Das ist ja scheiße Weißt du was ich mein? Ja Johnny, komm mit mit deiner Karte zum Turm wenigstens Hier stehen wir zu offen Johnny Komm schnell hoch zum Turm Warte, 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 warte Pinecrisis ist ja nicht die größte Stadt, ne? Wie? Die größte Stadt ist, äh Woodhaven Brightmoor Und, äh Highward Rally Highward Rally? Ja Wie weit weg? Die ist ganz oben, wir sind ganz unten Na, okay, dann, äh Wenn wir das Airfield jetzt hinten raus verlassen, ne? Nicht hier lang, sondern andere Seite hinten raus Können wir rechts, rechts gehen, dann werden wir bei Dings, glaub ich, auskommen Bei, äh, Brightmoor Brightmoor liegt hinter Pinecrest Okay Okay Dann Pascal komm mal hoch zum Turm Hier der Turm Hier der Turm Komm mal Wir müssen jetzt von selbst abschätzen Oder selbst einigen, wenn wir Cuts machen Schau mal Handy aus Hm, damit hab ich... Ach du bist da drüben? Ja Hast gehört, was ich gesagt hab? Na, du hast grad geleckt Was hast du gesagt? Ich hab gesagt, wir müssen jetzt von selbst abstimmen und mit Cuts machen, weil mein Handy aus ist Achso, ja klar Ja, wir schneiden das per Camtasia und Vegas Pro Ja, gucken Ich mach einfach Katze irgendwann Okay Ja, machen wir den einfach Wir sagen, äh, tschau tschau Leute Jetzt noch nicht Leute, hehe Braucht keine Angst haben Bleib noch bei euch Was ist das hier links? Was ist kalt? Hier ist noch ein Gebäude, ne? Guck mal hier, hier sind voll die Werften Guck Meinst du, hier ist was drin? Wo bist du denn? Na, bei den Werften Ja, du lässt mich ja für die Spur alleine gehen Ne, ich hab gesagt, Johnny lass mal gucken gehen bei den Werften Guck, da bin ich, hier Aber hier ist ja eh nix dran Guck mal, wie leer die Tennis sind Ich weiß das nicht Guck mal, hier ist was Get round 745 ACP Siehste? Doll Hier ist ein Schuss drin Ja, nice Hat sich voll gelohnt hier hinzugehen Ja, okay Oha Da müssen wir uns das Loot teilen Gern für looten Gern für looten Gern für looten Gern für looten Mehr Lack hier nicht von mir Gibt's nix immer noch beiden ein drin ist ein monster aber hinter mir ach so ok wie das aussieht wie scheiße der die shotgun hält ich höre hier so ein vieh ja da vorne warte ich mach den tod mag die dinge nicht müssen auch sterben die kann man raus lassen spieler wo hinten links wo bist du ja auf der anderen seite du bist da eingelaufen was zombie war da bin ich nicht ich bin links raus die löfte sind ja ich bin bei dir ich bin bei dir da läuft ja wo ich gucke ja ich sehe ich sehe was machen wir mit denen dahin waschen wäre scheiße entdecken ich glaube ja was wollen machen ich habe nur nahkampfschüsse dann bringt bringt uns das ja nix lass weg hier ich habe du kommst du musst den wenn dann töten nein nichts machen mein auf ist zu scheiße wenn nicht dass er uns verfolgt löft richtigen er fehlt warte mal wo bist du denn jetzt schlaufe hinter dem baum ich schlaufe jetzt dahin wo ich reingekommen bin bist du da wo du standst vorhin rechts lang gelaufen ich bin jetzt bei dem weg wieder stand es am zaun nicht ich bin an dem weg jetzt ach du bist wieder am weg ok warte dann komme ich auch zum weg nee hier war das nicht du meinst den weg ja den sandweg hier den reinlaufen oder rauslaufen wo wir rein wo du reingekommen bist hinten ach der rennt zum airport jetzt ne wo bist du da ich komme also da da bin ich wo sollen wir jetzt hin rechts rein ja lass einfach rein ich stand genau hinter dir am baum so weißt ja und dann habe ich kurz in mein inventar geschaut und schon fährst du weg alter naja lass ihn mal looten oder ja wir haben ja eh gerade alles abgeguckt ich meine so einer hunter sind wir jetzt eh nicht dass wir so viel munition haben oder wir müssen doch erstmal sammeln aber wir haben wirklich alle augen wir kennen immer spieler ne ja das ist gut hier sind wir ganz gut gewesen mit der äh mit der wie soll man sagen wie sagt man das spielersicht oder ich mit dem erspähen oder da hinten war so ne piss farm aber die gehen die gehen wir jetzt einfach um ne das ist egal ich brauche unbedingt eine waffe mit 10 rounds ich brauche dieses ding tja guck mal das ist noch ne farm aber scheißegal guck mal ich mach jetzt cut oder so so guck mal das ist noch ein bisschen guck mal das ist noch ein bisschen